Das ist sicher mein riesengroßes Rad, das sich dreht. Und dadurch wird eine Kraft nach außen erzeugt. Diese Kraft wirkt für die Astronauten wie eine künstliche Schwerkraft. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Physikübung. In der heutigen Sendung geht es um Drehbewegungen und Kreisbewegungen. Auf der Erde und im Bettall. Ferner um die dabei wirkenden Kräfte. Zum Beispiel die Zentripetalkraft und die Zentrifugalkraft. Die Gravitationskraft wird auch behandelt. Und außerdem beschäftigen wir uns mit Schwerelosigkeit. Dazu wollen wir zuerst ein weit verbreitetes Vorurteil ausräumen. Nämlich, dass Schwerelosigkeit nur im Weltall möglich wäre. Streng genommen findet Schwerelosigkeit nirgends statt. Denn dazu müsste eine Masse ja unendlich weit von allen anderen Massen entfernt sein. Betrachten wir zum Beispiel den Flug des Shuttles. Das Raumschiff liegt in 300 Kilometer Höhe. Die Schwerkraft dort beträgt etwa 91 Prozent der Schwerkraft an der Erdoberfläche. Mit dem Begriff Schwerelosigkeit bezeichnet man üblicherweise einen scheinbaren Eindruck, der immer dann auftritt, wenn eine tatsächlich vorhandene Schwerkraft subjektiv nicht mehr fühlbar ist. An dieser Stelle ist es üblich, dass man sagt, die tatsächlich wirkende Gravitationskraft wird durch eine zweite Kraft, nämlich die Zentrifugalkraft, ausbalanciert. Mit dieser Sprechweise wechselt man automatisch das Bezugssystem. Man betrachtet dann nicht mehr das ruhende Bezugssystem des Weltalls mit dem darin kreisenden Shuttle, sondern wir würden unser Bezugssystem in das Shuttle legen. Das heißt, das Shuttle würde in diesem System ruhen. Wir wollen Ihnen raten, genau das zu vermeiden. Es führt sehr leicht zu Fehlern. Sie verwenden dann nämlich ein beschleunigtes Bezugssystem, in dem zusätzliche Kräfte, sogenannte Scheinkräfte, wie die Zentrifugalkraft auftreten, dies in einem runden System nicht gibt. Gut, ich will Ihnen das einmal ganz drastisch vor Augen führen. Betrachten wir wieder unsere Grafik mit dem Kräftegleichgewicht. Für einen Beobachter im Shuttle ist das Ganze noch richtig. Aber von der Erde aus gesehen wird es falsch. Wir haben doch gelernt, dass sich ein kräftefreier Körper geradlinig bewegt und nicht auf einer Kreisbahn. Also ein Widerspruch. Sie sehen, die Verwendung von beschleunigten Bezugssystemen erfordert ein tieferes Verständnis. Daher raten wir, verwenden Sie nur sogenannte Inertialsysteme, das heißt nicht beschleunigte Bezugssysteme. Vom runden Weltall aus gesehen erfordert die Kreisbahn des Shuttle eine dauernd nach innen gerichtete Kraft, die die Krümmung bewirkt. Genau diese Kraft wird durch die Gravitation geliefert. Die Kreisbahn ergibt sich genau dann, wenn beide gleich sind. Das heißt, sie sind betragsgleich und zeigen in die gleiche Richtung. Vielleicht vermissen Sie nun in diesem Bezugssystem Erde die Darstellung der Schwerelosigkeit. Schließlich fehlt ja die zweite ausbalancierende Kraft, die das Shuttle im Gleichgewicht hält. Erinnern Sie sich an die Gleichung Gravitationskraft ist gleich Zentripetalkraft. Die Masse M des Shuttles steht auf beiden Seiten und kann weggehoben werden. Das heißt, die Kreisbahn ist unabhängig von der Masse. Setzen wir nun in diese Gleichung die Bedingung für einen Astronauten im Shuttle ein, so kommt die gleiche Kreisbahn heraus. Die Gravitationskraft FG' für den Astronauten ist natürlich kleiner. Allerdings auch die entsprechende Zentripetalkraft FZ'. Bei gleicher Bahn gibt es aber keine Kraft zwischen Astronaut und Shuttle. Darum fühlt sich der Astronaut schwerelos. Betrachten wir doch nun die Situation auf der Erdoberfläche. Wir spüren unser Gewicht doch deshalb, weil uns der Erdboden hält, also weil eine Gegenkraft zur Gravitation bildet. Nehmen wir nun diese Gegenkraft weg, das heißt, nehmen wir den Erdboden weg, so fallen wir frei und fühlen uns schwerelos. Sie können das selbst erleben, wenn Sie in einem Aufzug schnell abwärts fahren. Oder probieren Sie doch dieses einfache Experiment aus. Ich habe hier eine gut geölte Schere, die Hebel sind leicht beweglich. An den oberen Hebel stecke ich jetzt ein Radiergummi. Seine Gewichtskraft merken Sie, wenn ich den Hebel loslasse. Jetzt lasse ich diese Schere im geöffneten Zustand frei fallen. Achtung, jetzt! Sie sehen, die Schere schließt sich nicht, während sie frei fällt. In dieser Phase ist der Radiergummi scheinbar schwerelos. Als Anwendung hierfür betrachten wir den sogenannten Parabelflug. Ein Pilot hält sein Flugzeug auf einer Flugbahn, der einer Wurfparabel entspricht. Das bedeutet für die senkrechte Komponente genau den freien Fall. Das heißt, somit können für wenige Minuten das Gefühl für Schwerelosigkeit erzeugt werden. Sie sehen hier das Training von Astronauten. Im weiteren Verlauf dieser Sendung wollen wir uns mit anderen Aspekten von Kreis- und Drehbewegungen beschäftigen. Damit Sie auch physikalische Probleme lösen können, stellen wir Ihnen zuerst drei Geräte vor, die das gesamte Spektrum von langsamen bis hin zu sehr schnellen Drehbewegungen illustrieren sollen. Zuerst der Ventilator. Man kann leicht die Zeit für einen Umlauf stoppen. Das ist die Umlauf- oder Periodendauer T. Sie beträgt hier 0,5 Sekunden. Die Frequenz ist definiert als Anzahl von Umläufen pro Sekunde. Man berechnet sie einfach als Kehrwert von T. Es ergibt sich hier 2 mal 1 pro Sekunde, das heißt 2 Hertz. Die Bahngeschwindigkeit V, der äußersten Spitze des Rotorblattes, berechnet man wie gehabt als zurückgelegten Weg pro Zeit. Hier also gleich dem Kreisumfang 2 mal Pi mal R, dividiert durch die Periodendauer T. Es ergibt sich dabei an diesem Beispiel ein Zahlenwert von 9 Meter pro Sekunde. Die Bahngeschwindigkeit V darf nicht mit der Winkelgeschwindigkeit Omega verwechselt werden. Wie der Name schon sagt, ist Omega der Quotient aus überstrichenem Winkel pro Zeiteinheit. Zur Berechnung wählen wir genau einen Umlauf. Dann beträgt der Winkel 2 Pi und die Zeit dafür genau T. Setzen wir ein, so bekommen wir 13 mal 1 pro Sekunde. Wir merken uns also, dass die Winkelgeschwindigkeit im Bogenmaß pro Sekunde angegeben wird. Vielleicht wäre es praktischer für Sie, den Winkel im Gradmaß anzugeben, das ist jedoch nicht üblich. Im Kontrast zu dieser sehr langsamen Drehbewegung betrachten wir jetzt eine sehr schnelle. Auf der Trennscheibe dieser Flex steht die Umdrehungszahl von etwa 8600 pro Minute. Der Radius der Scheibe beträgt in etwa 10 Zentimeter. Probieren wir das gleich mal aus. Man kann die Umdrehungszahl sehr leicht in eine Frequenz umrechnen, also in Umdrehungen pro Sekunde. Dazu muss man lediglich von Minuten in Sekunden umrechnen, also U durch 60 teilen. Das ergibt hier grob den dreifachen Wert unserer Wechselstromfrequenz von 50 Hertz. Die anderen Größen, Periodendauer T, Bahngeschwindigkeit V und Winkelgeschwindigkeit Omega, können Sie zur Übung selbst ausrechnen. Das Ergebnis für Omega wollen wir anschaulich verdeutlichen. Die Zahl 900 pro Sekunde bedeutet einen überstrichenen Winkel von ca. 300 mal Pi in einer Sekunde. Im Vergleich zu dieser Flex dreht eine Waschmaschine relativ langsam. Aber 1000 Umdrehungen pro Minute ist dennoch ein beeindruckender Wert. Daraus erhält man eine Winkelgeschwindigkeit Omega von 105 mal 1 pro Sekunde. Wir wollen uns hier einmal für die Zentripetalbeschleunigung A interessieren, mit der die feuchte Wäsche auf eine Kreisbahn gezwungen wird. A ist gleich Omega Quadrat mal R. Eingesetzt erhalten wir damit einen Wert von etwa 2200 Meter pro Sekunde Quadrat. Stellen Sie sich einmal vor, dass die Wäsche beim Schleudern die 220-fache Erdbeschleunigung erfährt. Das ist weit mehr als die menschliche Belastungsgrenze. Kehren wir zurück zu Planetenbahnen. Wir haben uns schon mit den notwendigen Bedingungen für eine Kreisbahn beschäftigt. Nun betrachten wir für die Bewegung des Mondes um die Erde einen zusätzlichen Effekt, den Sie alle gut kennen. Ich meine das Phänomen Eppe und Flut. Wie sieht die genaue Erklärung aus? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Seite der Erde, die dem Mond zugewandt ist, eine etwas stärkere Anziehung erfährt als die Abgewandte. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse. Damit müsste an jedem Ort einmal am Tag ein Flutberg auftauchen. Aber bekanntlich beträgt die Periode von Eppe und Flut zwölf Stunden. Dazu bräuchten wir zwei Flutberge. Einen an der Mond zugewandten Seite und einen an der gegenüberliegenden. Dieses Modell hier beschreibt die Bewegung. Der Abstand zwischen Mond und Erde ist verkürzt dargestellt. Beginnen wir zuerst mit der Tatsache, dass sich der Mond nicht um den Erdmittelpunkt dreht, sondern dass sich beide um den gemeinsamen Schwerpunkt drehen. Berechnet man diesen Schwerpunkt aus Mondmasse, Erdmasse und Abstand zwischen Mond und Erde, so bekommen wir als Ergebnis, dass er gerade 72 Prozent des Erdradius beträgt. Betrachten wir nun den Umlauf von einem Monat, das heißt von 27 Tagen, und schalten dabei die Eigendrehung der Erde ab. Die sorgt ja nur dafür, dass der Effekt an jedem Punkt der Erde gespürt wird. Wir interessieren uns dabei nur für die Bewegung der Erde. Sie sehen, dass der Schwerpunkt, um den sich die Erde dreht, nur im Weltall fixiert ist. Innerhalb der Erde beschreibt er einen Kreis. Außerdem bemerken Sie, dass sich die Orientierung der Erde nicht ändert. Jedes Land und jeder Ort hat an jedem Abend sein gewohntes Sternbild. Jetzt interessiere ich mich für die Bahn, die einige Punkte der Erde bei einem Umlauf beschreiben. Dazu befestige ich an einigen Stellen Farbstifte und mein Kollege legt oben auf eine Plexiglasplatte. Jetzt machen wir wieder einen Umlauf. Und Sie sehen das ungewohnte Ergebnis. Alle Punkte der Erde beschreiben einen Kreis und alle Kreise haben genau den gleichen Radius. Das liegt daran, weil sich bei einem Umlauf die Erde nicht um ihre eigene Achse gedreht hat. Und dafür gibt es auch physikalisch gar keinen Grund, denn die Eigendrehung der Erde ist völlig unabhängig vom Mondumlauf. Die Konsequenz aus dieser Tatsache sehen wir uns an einer Grafik an. Betrachten wir hierfür wieder die Erde und den Mond von oben gesehen. Der Mond liegt jetzt rechts neben dem Blatt. Der Schwerpunkt und Erdmittelpunkt ist eingezeichnet. Damit nun der Erdmittelpunkt einen Kreis um den Schwerpunkt macht, muss die dafür nötige Zentripetalbeschleunigung AZ genauso groß sein, wie die Beschleunigung, die von der Gravitation des Mondes herrührt. Ich nenne sie AG. Wie diese Beschleunigung AG ausgerechnet wird, schauen wir uns an, an dieser Rechnung. Die Gravitationskraft FG, die vom Mond herrührt, ist ja Gamma mal Masse der Erde, Masse Mond durch den Abstand zum Quadrat. Und diese bedeutet ja, dass die Masse der Erde mit einer bestimmten Beschleunigung beschleunigt wird. So können wir die Beschleunigung AG ausrechnen. Die Masse der Erde kürzt sich heraus. Wenn wir die Werte einsetzen, kommen wir auf einen Wert von 3 mal 10 hoch minus 6 mal der Erdbeschleunigung. Das ist ein sehr, sehr kleiner Wert. Und es ist eigentlich verwunderlich, dass diese kleine Beschleunigung das deutlich sichtbare Phänomen Ebbe und Flut erzeugt. Wie passiert das? Wir hatten ja gesehen, dass wir überall gleiche Kreise hatten bei unserem Modell. Das heißt, dass die Beschleunigung AZ überall die gleiche ist. So ist sie also auch hier auf der Seite dem Mond zugewendet, genauso groß wie hier hinten dem Mond abgewendet. Die Beschleunigung, die aufgrund der Gravitation vom Mond herkommt, die ist natürlich dem Mond zugewendet größer. Als für den Erdmittelpunkt. Und vom Mond abgewendet kleiner als am Erdmittelpunkt. Und Sie sehen, es bleibt resultierend eine Beschleunigung zum Mond von der Erde weg hier. Das heißt, wir bekommen hier einen Flutberg. Und auch auf der anderen Seite bekommen wir eine Beschleunigungsdifferenz, die nach außen wirkt, von der Erde her gesehen. Also bekommen wir auch hier einen Flutberg. Jetzt nehmen wir die Eigendrehung der Erde wieder hinzu. Das heißt, von der Erde aus gesehen wandern die zwei Flutberge um die Erdoberfläche. Und damit haben wir die Periode für die Flutberge von zwölf Stunden. Und dazwischen ist immer Ebbe. Und damit haben wir die Flutberge von zwölf Stunden.